hallo und willkommen zum cast history karriere wir haben noch ganz seltsam aufträge offen also irgendwas nach eev und wieder zurück vulkangestein von eev ist viel schlimmer und halt noch diese komische temperatur sachen die haben wir aber auch schon und daran arbeiten wir glaube ich gerade automatisiert derzeit ich weiß nicht ich hoffe ja und schauen wir mal ich bin auch unschlüssig was wir brauchen gerade im bereich der forschung wo bereich der forschung lass mal kurz nach minmus gehen zu unserer coolen station die da ist weil das sitzt ja ein netter kleiner forscher drin wo da so und hat aber erst 47 daten gesammelt in all der zeit das ist nicht viel aber besser als nichts wo ist ein übertragungsantent da kann ich nicht wenn ich sagen übertrage daten nicht warum nicht transferieren umbenennen du bist hier bist du eigentlich was macht er eigentlich eigentlich sollte er hier forschen tut er offiziell auch also ist hier auf alle fälle wohl drin dann lassen wir ihn noch weiter forschen weil so viel forschen ist es doch nicht ich dachte es wäre schon mehr keine kuh steuerung ja die kuh sitzt auch im forschungsmodul abgesehen davon ich glaube wissenschaftler können gar nicht steuern also der musste ausharren der hat keine wahl meine überlegung ist gerade nehmen wir ein flugzeug mit also wir haben diesen eef länder mal los geschickt dieses unglaublich seltsam dämliche teil das mit 7525 meter sekunde auf eef gelandet ist also das ding hier oben ist auf eef gelandet aber nicht zurückgekommen steht er jetzt ist halt nur rum das heißt in der theorie brauche ich eine kapsel eine kleine kommandokapsel die auch wieder hoch kommt das wird ja theoretisch das problem werden ich möchte dieses ding dockbar machen nicht nix last zu groß was so eine art dieses ding wird nach oben angekoppelt und fliegt dann sozusagen also das teil sitzt nachher an unserem transport und sozusagen der länder der runter geht das heißt dieser länder der runter geht muss natürlich auch wieder hoch kommen ich bin natürlich ob das auch der länder ist mit dem wir nachher wieder auf körben landen wollen ich glaube ja das heißt in dieses wunderschöne ding wird so wie es jetzt hier ist zusammen mit zwei fallschirmen das reichen auch die kleinen ist egal dieses ding ist sozusagen das ist jetzt die wir kehren zurück stufen also wir sind wieder da jetzt sind wir natürlich erstmal wieder da müssen wir erstmal hin kommen und da müssen wieder abheben das nächste problem dieses teil muss abheben und brauche oben von eef abzuheben wir brauchen knapp glaube ich dreieinhalb tausend delta also meter sekunde um körbe in einen orbit zu erreichen das heißt wir müssen mindestens dasselbe nehmen und auf eef einen orbit zu erreichen eef hat eine dichtere atmosphäre eef hat eine größere atmosphäre sind ja 90 km nicht nur 70 hat unten höheren druck hat oben einen höheren widerstand wir brauchen mehr ich habe keine ahnung kann man das irgendwie herausfinden wenn ich jetzt zum beispiel sagen möchte ksp das ist eine delta v map was ist eine delta v map ach das ist dieses ding das ist ja noch aktuell wenn ich zurück möchte da sagst du mir ich brauche 13.800 hin aber keine ahnung wie viel zurück die stadt und verlangt mäßig gibt es keine infos warum gucke ich an die nach irgendwelchen erst mal uralts sachen wir können es auch einfach stumpf ausprobieren warum googeln wenn wir es auch ausprobieren können also ich brauche nach einer umlaufgeschwindigkeit hier brauche ich normalerweise 2300 meter sekunde um ein orbit um körbe zu haben zwischen 23 und 25 aufgrund des widerstands hier brauchen wir mindestens dreieinhalb um sozusagen dahin zu kommen das haben wir ja auch schon ein paar weitergestellt das heißt ich rechne jetzt mit einem delta v also 5000 meter sekunde hier unten sozusagen jetzt von 5000 um auf eef zu starten ist ein bisschen hart oder die frage ist kriegen wir das hin also wenn ich jetzt das hier nehme mit keine ahnung das ist ein bisschen groß mit so einem triebwerk als beispiel haben wir ein delta v von 0 das ist ja cool warum weil du leer bist weil du leer bist nö das mache ich denn hier falsch und du bist nicht zu groß du bist noch größer dich dank dieses teil bringt einen jetzt zum beispiel theoretisch nicht nach oben was schlecht ist das heißt wir müssen groß denken ich will nicht so groß denken wir können aber auch keine mehrstufige rakete landen lassen oder wer hat denn mehr schuhe nur mal euch also das ist keine stufe mehr ja ich bin ich bin grad ein bisschen unschlüssel wie ich das sauber hinkriege nehmen wir mal an 2300 irgendwas ne 2300 knapp nehmen wir mal an das hier würde ich hier jetzt starten schon mit damit die keinem der gemacht hast du bist unser also es kann so damit kommen wir auf alle fälle nicht so weit wie ich mir das jetzt gerne vorstellen möchte da können schon mal können schon früh schön es ist nicht stabil sagen wir es mal so noch sagte er kurz bevor als in die luft hier hier gucken so das 12 ok so viel erscheint wir ein bisschen hart gerade nicht schlimm wir haben festgestellt der treibstoff ist zu weh hat man aber auch nicht alle tage dass es brennt beim hoch gehen aber wir sind gefühlt relativ weit gekommen klug zurücksetzen ich muss ja ich versuche ja sparsam zu machen weil das ding was wir hier starten und das hier in einen orbit kommt und dann noch treibstoff über hat muss landen können also muss genau so wie es ist dann sozusagen auf eave ankommen das ist ja das problem man könnte natürlich das auch mal tauschen äh tack und und so ja das ist doch umständlich wie wir das gerade machen ne aber dann muss man treibstoffe und so tack 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 ändert das eigentlich was erst einmal nicht weil das prinzip ist das gleiche ne wenn ich jetzt einfach mehr mache dann muss das ding trotzdem noch irgendwie landen können das ist das problem moin rundsturzen schön dass du da bist ich würde ja auch liebend gerne ein flugzeug bauen aber ich glaube ein flugzeug bekommen wir vielleicht noch heile runter nach eave aber nie wieder hoch aber es wird mich voll reizen aber wenn wir jetzt anfangen ich jetzt die anfangen ein flugzeug zu bauen ist der heutige stream gelaufen als beispiel unser flugzeug es muss raketen betrieben sein weil sonst funktioniert das nicht ja ein bisschen fett äh so deswegen brauchen wir schon mal treibstoff das ist klar ja und keine ahnung und keine ahnung irgendein ende ein bisschen fett ne wieder mal und irgendein ende also ich setze ja auch sonst hätte ich hinten einen stöpsel am popo zu groß muss er in den heck geben so sieht super aus was gar keinen sinn da gibt man da hinten muss noch der antrieb ran ich brauche eh noch ein triebwerk dann können wir auch keine ahnung wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal das ist noch niemals genug schub abgesehen davon ach ja dieser scheiß ne meine flugbaukünste alter ist das hässlich meine flugzeugkünste waren schon immer scheiße ist das hier steuerbar ne ne das wird aber vielleicht die äh das ist kein steuerteil glaubt mal überlegen ob das sinn ergibt um das ding sozusagen ein bisschen in der luft zu halten ich hab doch keine ahnung aber das muss ja alles dies hier sein ne einfache flosse delta deluxe wings die müsste ich ja vorne nehmen bisschen zur steuerung oder das sieht aber noch hässlicher aus und genau so hängt eine heckflosse noch hinten deswegen heißt der heckflosse ja dann brauche ich jetzt theoretisch noch hier mitte ne und das ist halt immer die das ist alter sind diese scheiße hier ne ich hasse die flugzeuge in ksp 1 ich habe mal ein flugzeug in ksp 2 gebaut das ist schön vom bauern mit den flügeln aber ähm halt für mich leider überhaupt nicht praktikabel die sind kürzer tragflächen verbindungsstück p verbindungsstück b ist das was wir gerade gebaut haben und dann gibt es noch ein verbindungsstück a das ist fett kommt das mal riesige fette flügel so kann man das jetzt noch irgendwie verschmälern ein flügel die sind ja schön was ist das hier ich weiß es nicht auch ja ich habe überlegt Propeller sollen wohl gut funktionieren auf EVE aber damit kommen wir ja nicht wieder zurück nach oben ich habe jetzt so komische tragflächen hier wo sind meine steuerteile freiflügel ich habe doch einfach die aber die sind zu kurz das ist niemals stabil dass es fliegen könnte die tragflächen sind viel zu klein für dieses fette ding ich könnte es kürzer machen aber dann haben wir zu wenig Treibstoff um da überhaupt irgendwo hinzukommen zack gut das hier lässt sich nicht einfach klar fahren aber ist egal Testflug alles ein bisschen weit vorne jetzt müssen wir theoretisch gucken wo ist der Schwerpunkt der Schwerpunkt ist da ein bisschen weit hinten ich habe keine Ahnung ich habe von Flugzeugen in KSP 1 überhaupt keine Ahnung an das nicht ich hatte ja schon mal was aber ich glaube da hatten wir mehr Teile einfach mal sagen gib mal Feuer dann rollt es los und ist viel zu schwer mit diesem kleinen Gimmeltriebwerk abgesehen davon dass wir auch kaum eine Steuer doch ein bisschen Steuernmöglichkeit haben wir aber das Ding wird niemals abheben na vielleicht doch irgendwann mal 10 bis 15 Jahre auf alle Fälle ist die Startbahn zu Kur also es ist nicht so aus dass ich versuchen würde aber es ist zu langsam mit dem kleinen Trinkberg ich könnte einfach mehr mehr Triebwerke sind immer gut man könnte natürlich Alter das ist natürlich Moment mal wo ist mein fetter Flugel da ist mein fetter Flugel ich nehme jetzt zwei Stück von da ist das sieht äh total super aus Triebwerke auf Materia das sieht nicht gut aus ne und das sieht jetzt total schrecklich aus kann sowas fliegen könnte sowas fliegen wenn wir das mal genauer drüber nachdenken dich will ich grad nicht mehr ich will dich einfach genau mit dich setzen das ist richtig oder falsch rum was weiß ich bei denen und dich vielleicht ein bisschen weiter hinten nicht so nicht so Moin Wall und Marie schön dass du da bist wir brauchen nur es muss doch noch diese Steuerdinger die führen und steuern das seid ja ihr so Struktur ist dies es muss doch bei Aerodynamik es gab doch sonst diese 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 Mini-Steuerdinger wir können das ja mal hier speichern als äh und dann gehen wir mal gucken in der Forschung ich es muss doch nicht vortrittliche Landung da genau warte hier ganz viele Fliegesachen und wenn ich das jetzt forschen wir uns festklicken dass wir auf alle Fälle versuchen auf Eve mit einem Flugzeug zu arbeiten ok jetzt haben wir nochmal 160 über Lade-Raum Flüssigkeit Nachbrenner Triebwerk Panther brauchst du denn du bist ein Düsen Triebwerk du brauchst Sauerstoff Alter lass uns das nehmen lass uns ein Überschallzeug bauen Moin CTEF schön dass du da bist also dieses ganze ästliche Ding kommt jetzt weg wir haben schöne neue Teile gekauft nämlich die hier das erinnert mich jetzt ein bisschen an meinen ersten Eve Flieger der mal angekommen ist ich weiß nicht wie ich weiß nicht mehr wie ich das vor den vor all den Jahren mal gemacht habe aber so ein Ding ist schon mal angekommen so kurz kurz das ist alles kurz bis jetzt auch in die Lagen anscheinend nicht sonst wird es nicht immer kurz heißen ne also ich könnte jetzt theoretisch was ist der Unterschied Raketentreibstoff Flüssigkeit ja wir könnten Raketentreibstoff haben tun wir mal so hm sieht das immer noch so kurz aus uh warte das können wir aber ändern ähm gab es nicht hier sowas lass uns das Ding einfach jetzt baue ich gleich wirklich das hab ich das noch ja nicht speichern hab ich das noch klar enthält gesperrte und noch nicht zugelassene Teile schade kann ich das trotzdem einmal laden mk2 cargo bay gibt es nicht und mk fuselage gibt es nicht ok weil es hier die großen sind statt den kleinen also dieses Ding war schon mal auf Eve das Problem war nur deswegen stand es nachher da rum ihr habt es ja vor ein paar Wochen habe ich es ja mal gezeigt es stand halt rum weil hinten bei irgendeinem hässlichen Landemanöver äh hinten die Triebwerke abgerissen wurden und die irgendwo auf Eve rumliegen keine Ahnung deswegen hat dieses Ding es nicht geschafft also es ist theoretisch also es ist nachher auch auf Eve geflogen nur haben wir jetzt nicht die ganzen Teile also versuchen wir es selbstständig dieses Ding sozusagen mehr oder weniger vielleicht funktionaler nachzubauen das ist der Plan damit wir das nach Eve kriegen das heißt wir fangen erstmal ohne Ladung an nein ich möchte mit Ladung die Ladung hatten wir ja dann mit Strom und diesem ganzen ne da hatten wir Solarpaneele und so weiter reingebaut weil wir brauchen wir brauchen diese eigentlich also lass mal Cargo trotzdem mitnehmen die Frage ist nur wie viel Treibstoff brauchen wir zwei drei davon haben wir das Gewicht jetzt glaube ich irgendwie wieder nur hinten natürlich aber das vorne gibt den Treibstoff nicht durch wenn ich das so mache ähm lass mal zu dann kommt der Sprit ja ok ich muss ähm wir müssen das Flugfeld aufrüsten, wahrscheinlich, weil wir die Masse nicht schaffen, aber es ist egal. Daran arbeiten wir noch. Aber der Treibstoff kommt nicht durch. Wir haben jetzt hier normalerweise, es ist hier drin 180 Flüssigtreibstoff. Wir können das theoretisch auch mal ausprobieren. Ich packe hinten einfach mal zwei Triebwerke dran und die kleinen wieder nehmen, weil die voll cool sind. Und dann haben wir jetzt hier 826. Haben wir jetzt immer noch. Also wird der Sprit doch übertragen? Das wäre cool, weil da brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen. Ohne Flügel ist es hässlich. So, Flügelteile haben wir jetzt genug. Wir können überlegen, ob wir hier doch noch mehr Triebwerke an den Seiten dran setzen, einfach weil mehr Power voll cool ist. Das muss halt anders machen. Einer geht raus. Sonst viel zu lang. Und dann nehmen wir dieses hässliche Ding. Wollte auf beiden Seiten sein. Das Schwerpunkt sitzt jetzt ja da. Jetzt bin ich wirklich am überlegen, ob ich nicht sage, komm. Wir machen noch extra Triebwerke dran. Die hatten jetzt jeweils die haben wir jeweils 180 220 Hier seid ein bisschen zu fett. Ich wollte die kleinen davon haben. Das seid nicht hier gewesen. Da. Ihr habt mehr. Äh. Das sind auf alle Fälle irgendein Konstrukt, wo, äh, ja, L uns vorwarnen würde. Aber ich bin da ja schmerzfrei, ne? Die Idee finde ich voll cool. Ob das jetzt praktikabel ist, ist einfach dahingestellt, aber die Idee finde ich voll cool. Ich glaube, die Flügel... Ich habe jetzt natürlich vom Flugzeugbau noch weniger Ahnung als vom Raketenbau. Bei Raketenbau weiß ich einfach nur, äh, mehr Treibstoff, mehr Booster, alles kommt irgendwie hoch. Bei Flugzeugen ist es ein bisschen komplizierter. Ich glaube, mit dem, das wird uns nicht helfen, ne? Aber vor allem, ich glaube, ich sollte das nicht anwinkeln. Also es sieht halt theoretisch erstmal aus wie ein Flugzeug, nur ohne jegliche Steuerung. Das ist doof. Also setzen wir hier hinten so ein ein Delta Deluxe Winglet mal hinten rein. Das sieht falsch aus. Irgendwie so klein im Vergleich zum Rest des Fliegers, ne? Gehen wir auf, Trieb dann von vorne. Ich weiß, dass das funktionieren kann, aber tut es das auch in KSB? Die Flügel übertragen Treibstoff, glaube ich, ne? Also die würden alle gleichzeitig ausgehen, in der Theorie. Könnt ihr nochmal nachgucken? Schnappt ihr mal so? Stieh das hier bei? Ich weiß, warum das bearbeitet wird. Tragliche, relative Flügelfläche, 2, Trockenmasse, irgendwas hier. Steht ja nicht. Ich vermute aber ja. Nein, das glaubst du nicht. Ich hatte gehofft, dass es überträgt. Also, in den richtigen Flugzeugen ist der Treibstoff ja in den Tragflächen. Wir werden das einfach herausfinden. Heißt, wir nehmen jetzt wieder coole Räder. Bereuen, dass wir nicht größere haben. Also nehmen wir einfach mehr. und damit das hinten nicht nochmal passiert, besteht das Ding gleich nur aus Räder. Länge scheint zu passen. Spannweite. Oh nein! Zu groß für die Startbahn. Start nicht möglich. Dann müssen wir mal kurz ein bisschen pimpen. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. aber wir liegen jetzt mal mit dem Jeppe Dyer freut sich schon. Okay. War das richtig? Ich glaube, ja. Es sieht richtig aus. es hält auch mit den ganzen Rädern erst mal. Und es bewegt sich. Das sieht nicht so aus, als würde das lange gut gehen. Ich glaube, ich müsste zwei von diesen Winglets hier unten jeweils auf die Seite setzen, vernünftig. also nicht eins mittig, sondern zwei jeweils da und da. Und ich brauche noch was anderes hier, um in irgendeiner Art und Weise überall hochzukommen. Weil diese kleinen Dinger, die helfen uns ja überhaupt nicht. Habe ich einen Linkstrall? Wenn ja, warum? Oh Gott, die Startbahn ist gleich zu Ende. Jepp, freu dich nicht so, sondern heb ab. Hauptsache Jepp ist glücklich. Oh Gott! Aaaaaaah! Ui! Looping funktioniert schon mal. Absturz auch. Was machst du denn da? Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist unkaputtbar. Es hat schon einen Teil der Tragfläche verloren. Ja, ist ja gut. Es ist ein U-Boot! Ne, nicht mal untergehen kann es. Aber es ist ein Boot! Los Jepp! Ne, 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 ne. Wir haben ein Boot gebaut. Ne, ne. Wie viele Flugzeuge von mir schon hinten in meinem Wasser gelandet sind, ne. Kann ich nicht mehr erzählen. Aber nie so schön heile. Aber okay. Aber okay. Nein, ich hab's... Da müssen... Es gibt diese komischen... Nicht diese Helikopterblätter. Es gibt... Wie heißen die denn? Also sozusagen das hier, dieses kleine, was hier sozusagen dieses Steuerteil, was hier zwischen ist, das gab's doch früher auch zum Anbauen. Bist du das? Steuerflächen! Steuerfläche klingt doch genau so, wie das, was ich haben möchte. Ne, das heißt... Ist jetzt jetzt so eine Steuerfläche? Keine Ahnung. Hier dran. Und da dran. Da dran, hab ich gesagt. Nicht da vorhin die Luft. So, dann funktioniert das. Ihr seid jetzt... Huch. Okay. Wir müssten... Ich überleg grad... Eigentlich müssten wir doch ein Docking-Port dran setzen nachher noch. So, Jeff. Diesmal aber ein bisschen mehr Einsatzzeiten, ne? Ich glaub, wir müssten einfach auch andere Triebwerke nehmen, ne? So, also diese Steuerdinger, die steuern jetzt auch. Das ist schon mal gut. Also es tut, was es soll anscheinend. Jetzt haben wir auch kein Linkstrall mehr. Jetzt ist er eher ein Rechtsdrall. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir jetzt mit mehr Steuermodulen eher hochkommen. Aber ich glaub, wir brauchen einfach mehr Schub. Es wird schon wieder ein Boot. Ich mochte die Idee hier hinten. Häää! Aber ich weiß nicht so ganz... So ganz... Es ist auch noch verbogen. Der hat unser Flugzeug verbogen. Okay, das funktioniert auch nicht. Wir... Also, machen wir mehr Power. Wir pfeifen auf diese kleinen Triebwerke. Wir wollen jetzt richtige Triebwerke haben. Wir nehmen... Keine Ahnung. Sowas hier. Und dann haben wir doch wieder... Habe ich doch wieder das Problem wie beim letzten Mal... dass ich mir die nachher einfach abreiße. Welche seid ihr jetzt? Ich hab vergessen, welche ich genommen habe. Also, dieses Ding wird jetzt auch abheben können. Hier ist auch mehr Schub hinter. Das Problem ist nur, kriegen wir das auch gelandet? Die Idee ist ja eigentlich, dass wir es gelandet kriegen. Ohne Treibstoff zu verbrauchen. Weil wir... Den brauchen wir nachher theoretisch wieder zum Abheben. Das ist die Überlegung. Ui... Also hier ist der Entwür. Oh, Jack. Wenn du da jetzt natürlich scheiße baust, ne? Dann ist hier... Schicht im Schacht. Oh Gott! Was ist denn das hier? Theoretisch ja. Irgendwas ist mit dem Schwerpunkt falsch. Der Schwerpunkt ist hinten. Das ist klar. Aber es ist doch nicht schlimm, oder? Ich kann auch das Ding einmal rausnehmen. Nur so testweise. Wir nehmen einfach mal nichts mit. Dann ist der Schwerpunkt fast mittig. Ich kann auch sonst... Das Nutzlast-Ding, was wir wollen, dahin. Dann ist es ungefähr mittig. Bisschen. Ein kleines bisschen weiter hinten. Ach, sie wandert halt mit, ne? So, jetzt gehe ich nochmal gucken. Habe ich die falsch... Vielleicht habe ich auch nicht autark. Schwenker. Doch, die Schwenker. Die waren das, glaube ich, auch. Die Schwenker steuern mit. Das waren die, die ich vorhin auch hatte. So. Schwerpunkt ist... Also dann ist zwei hier. Dann ist der Schwerpunkt hier. Dann haben wir die. Und das hier sozusagen... Das ist zu viel, so ungefähr. Wir können auch einen Triebwehr, also einen Tank, weniger nehmen. Dann sieht das klein und niedlich aus. Und der Schwerpunkt ist wirklich fast mittig. Oder liegt auch fast. Liegt das am Schwerpunkt? Ist der zu weit hinten? Das könnte erklären, warum wir diese Pseudo-Looping da am Ende unserer Startbahn machen. Weil das Heck einfach nach unten wegreißt. Aber ich kriege das Ding auch so erstmal gar nicht hoch. Ich kriege das erst hoch, wenn die Güsse das hier zulässt. Weil der Schwerpunkt scheiße sitzt. Muss der weiter vorne sein? Keine Ahnung von sowas. Ich kriege mal wieder ein, da wird er zerschen. Ja, mittig Tragfläche wird schwer. Was wäre hier? Sind die weit hinten? Dann brauchen wir, glaube ich, vorne noch die Unterstützung, dass er überhaupt die Nase hochkriegt, ne? Also, wenn wir uns zwei Wingen jetzt nach vorne geben, für ein bisschen mit, äh, bringen die Nase hoch. Wenn wir das bei dem anderen Flugzeug auch mal angucken können, das hat es ja geschafft, ne? Aber nein, ich muss es hier wieder, ich will es ja für mich wieder von vorne rausfinden. Wie gesagt, ich habe letztens eins in KSB 2 gebaut, das Ding, das ist sofort geflogen. Aber es hat jetzt auch nicht die Voraussetzung gehabt, dass es auf E fliegen soll, ne? Das muss man jetzt ehrlich dazu sagen. So. Ab 100 irgendwas solltest normalerweise abheben können, wenn man es richtig gebaut hat. Äh. Warum hast du jetzt beim Abheben dein Triebwerk verloren? Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß es noch nicht. Wir versuchen es einfach nochmal. Mal einfach direkt Vollstoff geben. Also es hebt nicht selbstständig ab. Ich kann ihm aber jetzt auch nicht mehr sagen, mach es selber. Raketenstart. Wie? Das Flugzeug ist gescheit. Weil wir zu Heckler sind. Ich kann doch nicht das ganze Gewicht nach vorne setzen. Das gesamte Gewicht vorne. Sonst wäre die Überlegung gewesen. Wir gucken das auch theoretisch. So. Jetzt tun wir mal so. Jetzt ist der Schwerpunkt auch hinten. Wir haben den Schwerpunkt immer hinten. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich glaube nicht, dass das Fahrwerk dafür sorgt, dass unser Heck plötzlich runterreißt. Also war auch kurz in meinem Kopf. Vor allem war das Fahrwerk einziehen. Aber ich glaube, das ist das Fahrwerk ist aktuell das geringste Problem. Ich kann auch die Flügel vor... Die Flügel vor dem Schwerpunkt? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also werden wir uns so nachher beim Landen spätestens die Getriebekette umreißen. Ja, läuft super! Nee, Tragflächen vor dem Schwerpunkt ergibt eigentlich keinen Sinn. Aber was heißt nicht das, was ich trotzdem einmal ausprobieren kann? Aber Sinn ergibt es für mich erstmal nicht. Damit müssten wir uns das gesamte Ding gleich erst rechte rumreißen hier. Und davon aus, egal wie schnell wir sind, einfach nicht abheben. Genau, so. Das funktioniert halt nicht. Schwerpunkt hinter den Tragflächen kriegen wir aber gar nicht hin. Ich setze das mal auf den Schwerpunkt. Ich setze das mal auf den Schwerpunkt. Könnte das denn ergeben? Dass der Auftrieb auf dem Schwerpunkt liegt? Ich weiß es gerade nicht. Ich setze das mal auf den Schwerpunkt. 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 So, nach einer seltsamen ungewollten Drehung sind wir abgehoben aber schaffen mit dem flugzeug und dem wir müssen größer denken wir müssen so viel größer denken ich frage mich gerade müssen wir das wirklich gefühlt ja ne wir schaffen ja die die höhe gar nicht wir sind ja erst wenn wir die 20.000 erreicht haben sind wir ja auf EVE also wenn wir bei EVE bei Null starten angekommen wir müssen ja den Worst Case annehmen wir machen Wasserstart wie auch immer müssen wir sagen wir starten erst bei 20.000 also erst jetzt müssten wir anfangen die Atmosphäre von Körben zu verlassen das war ja nicht richtig ich habe mich ja trotzdem überschlagen ich bin gerade irritiert warum die Apoapsis weiter steigt obwohl wir gar nicht mehr Gas geben das kann doch nicht sein die Apoapsis steigt trotzdem noch weil wir aufgrund der Schubs und der des keine Ahnung wir schweben über den keine Ahnung Luftwiderstand an Höhe noch gewinnen also es ist eindeutig entweder falsche Triebwerke falsches Design oder zu klein die Idee zu klein finde ich immer am besten weil mehr ist immer besser jetzt reißt es uns auf einmal rum das trudeln wir noch mal ein bisschen weiter weil wir jetzt auch gar keinen Schub mehr haben der Luftwiderstand zu gering wird wahrscheinlich und wir deswegen einfach mit dem trudeln jetzt anfangen weil ohne Schub und jetzt wo es im Fall geht gleich glaube ich einfach alles wegbricht ok auf Raumschiffhanger zurücksetzen also das heißt mehr mehr Triebwerke mehr Tanks mehr Gewicht toll so ups na doch noch mal länger 1 2 3 3 4 4 5 5 9 10 10 10 10 10 4 10 10 12 15 15 16 15 15 15 15 16 15 Piu, piu. Hier ist ein Flugzeug. Das Zeug sind wir da auch. Ah, mhm. Mehr an Auer. Ich glaube da nirgends. Ich glaube die Idee mehr ist in Sachen Weltraumreisen nicht unbedingt richtig. Aber ich muss es jetzt trotzdem einmal starten. Es sieht so falsch aus, es muss gestartet werden. Das bricht in der Mitte schon fast durch, da müssen noch ein paar extra Räder drunter. Wackelt jetzt schon. Und Feuer! Mehr Schub! Abheben, schnell bevor wir einen Unfall bauen. Abheben habe ich gesagt. Oh Gott, wir stürzen. Was mit dem Abheben, das üben wir nochmal. Moment, das gehört dazu. Ich habe gesagt, das gehört dazu. Nee. Nein, das gehört nicht dazu. Stimmt, jetzt habe ich die Spiele durcheinander gebracht. Das Konzept vorher war jetzt nicht so falsch, würde ich sagen. Jetzt muss nur theoretisch optimiert werden. Nicht das. Das. So. Also theoretisch. Können wir jetzt hier theoretisch, müsste eigentlich einer der Dings rein. Achso, da ist der Fehler jetzt gerade. Moment, nicht hier hin. Und da hin. Mit dem Schwerpunkt. So. Jetzt haben wir natürlich. Tretwerksmäßig jetzt nicht die große Auswahl. Die sind größer, ne? Ich kann auch nicht diese Riesen-Oshens nehmen. Wenn da sowas funktioniert, ich kann das auch nicht. Lass uns einen Träger-Booster bauen. Den wir einfach nachher abwerfen. Kann ich das Ding... Kann ich das als Baugruppe speichern? Nein, weil du ein ganzes Flugzeug bist, ne? Ist nicht schlimm. So. Speichern. Verlassen. Ich packe das Ding an der Rakete. Da müsste ich aber das Ding mit Rakete landen. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Äh. Äh. Das kleinere nehmen. Das da. So. Genau. Dieses Ding hier. Die ist jetzt einfach angebaut. An einer riesigen Rakete. Mit diesem kleinen Dikappler. Ich weiß nicht, ob das hält. Kann ich eigentlich auch hierfür dafür sorgen, dass es auch ein Schiss nähe, ne? Ich hätte gerne den riesigsten von diesen Tanks hier drin in orange dargestellt, damit ich ihn immer wieder erkenne. Ja. War's der hier? Nein. Du? Nein. Bist du das? Du siehst gerade so klein aus im Vergleich zu unserem, äh. Okay. Ne, du bist es aber. Will ich jeden einzelnen einstellen? Hätte ich das nicht als Standard machen? Boah, große Spitzhosen drauf. Das war die kleinste, die ich finden konnte. Die ganze Zeit der Raketen-Bugnase ist irgendwie zu klein. Da. Ich bin gerade am überlegen. Stimmt, für jetzt bräuchte ich das Fahrwerk nur zum Testen, aber nachher ja gar nicht. Da hast du recht. Aber ich kann, ich kann doch das Ding nicht runter. Wir müssen das kleiner machen. Ja, das Fahrwerk können wir uns sparen. Geht ja eigentlich nur darum, ein bisschen Geld sparen, so. Es geht ja darum, dieses Ding hochzubringen. Dafür brauchen wir jetzt da unten ordentlich Bums. Das. Das bist nicht du. Das bist nicht du. Dann eher. Nein, du bist auch. Leider brauchen wir jetzt auch so richtig hier. Das ist ein... So. 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 Ich muss weiter nach oben. Damit du da dran sitzen kannst. So. Das erinnert mich gleich wirklich an die Trägerrakete vom Space Shuttle. Das wäre doch, glaube ich, auch orange hier. Ich weiß nicht, aber jetzt an die Seite kommt links und rechts noch ein schöner großer Booster dran und dann ist das doch von Anno da zu malen. So. Damals als es noch die Space Shuttles gab. Das war, glaube ich, dann die, ne? Ne, das sind die, doch, das müssten die gewesen sein, die anderen waren zu groß. Dann kommt noch die Kappe obendrauf. Toc. jetzt haben wir natürlich ein unglaublich hartes Gewicht hier wir können aber überlegen dass wir so starten also mit der Drehung also bis dahin wo wir uns kippen wollen wir müssen das eigentlich auf Ständer stellen weil das müsste jetzt ja so von Yves das geht ja gar nicht ich möchte es jetzt trotzdem ausprobieren weil ich es gebaut habe aber hoch kommen wir ja damit aber sie wird nicht stabil sein wie kriegt man ein solches Konstrukt nachher wo ist jetzt hier der zweite putzen denn das war auch Symmetrie gestellt wo ist eine zweite ach da ja da findest du nichts doch mal wieder das dauert immer einzeln verkabeln auf die andere Seite da da ich muss theoretisch aber das geht ja gar nicht kann ja dieses Ding also nicht mit der Trägerrakete auf Yves landen lassen das geht ja gar nicht wie soll ich das denn gelandet kriegen also erstmal wissen ob es überhaupt starten könnte einmal wenigstens testen ich habe jetzt die Zeit und Arbeit da reingesteckt jetzt muss es wenigstens einmal starten ich muss mir kurz überlegen das sieht stabil aus ja das sieht stabil aus das können wir so starten Schwerpunkt wir sind wir sind da ne wo eine sache kopieren wenn das so sieht dann weiß man warum es den ksp 2 diesen blaupausen modus gibt und jetzt ist der schwerpunkt da jetzt ist der schwerpunkt wieder fast innerhalb der mitte der rakete einer noch da einer noch da halten 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 So Man könnte das Ne kann man nicht ich überlege gerade wie man wirklich so ein ding gelandet kriegt aber das geht gar nicht der schwerpunkt ist doch noch falsch okay es funktioniert nicht so habe ich verschwanden ist okay funktioniert trotzdem muss dieses ding in irgendeiner art und weise das muss ich doch da müssen wir doch den ländern nehmen wir haben lassen den flieger erstmal gespeichert dann können wir halt nicht diese ganzen das ist halt schade ich hätte es halt gerne mitgenommen damit wir die missionen schaffen können mit den temperaturen dann hätte ich hier meinen thermometer und so reingepackt und dann hätten wir versuchen können die sachen da abzufliegen aber die befinden sich an einer höhe von 20 bis 25.000 metern über 4 stück das heißt wir müssen relativ lange fliegen und ich möchte halt den körbonaut der dann hier drin ist nicht einfach versauern lassen also er müsste eintauchen in die atmosphäre vier proben sammeln und wieder abheben oh nee wir können es auch ganz anders machen da bin ich mir mal gerade nicht so sicher doch das geht okay es gibt die übliche drei mann kommando kapsel das war die drei mann kommando kapsel das ist nur ein nicht mehr mit was sie zwei doch müssen zweimal mit drei ok niemand ist du bist doch da aber anscheinend nicht hier oben warum kann ich dich nicht lockbar machen wer war jetzt doch schon mein plan ich hätte gern ich wissenschaft hilfsmittel so du bist das teil das nachher hier wieder landen wird du bist wir kehren nach hause zurück müssen wir dich abspringen oder setz dich einfach irgendwo dran du bist die wir wollen nach hause kapsel hier wenn man nach hause kapsel bekommt ein ganz kleines 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 triebwerk einfach nur was wir jetzt natürlich nicht ein klein haben sondern so ich muss dich aber dann ich muss dich aber dann wir lassen die erde weg ich will ein länder haben ich will ein länder haben der nach wir lassen uns mit der temperatur weg ok habe ich verstanden mit unserem flieger erstmal aber ich möchte vulkangestein von Yves haben wie bekommen wir wie bekommen wir vulkangestein von Yves wir brauchen einen länder so ich brauche jetzt einfach nochmal den länder der nachher hoch muss den bringen wir nachher an irgendeine komische station an mit der wir dann irgendwo hinfliegen warum klippelst du dich hier nicht mehr dran das hat auch beim anderen Fall funktioniert sind es auch überhaupt nicht mittig war das die andere Kapsel war es doch nicht die, war doch nicht die hier oder ich kriege kleine modul mehr angebaut das hat beim ersten versuch noch geklappt nichts speichern haben wir hier natürlich jetzt leider nicht drin war zu kurz was ist das denn hier da haben wir es auch mal gemacht ok wir tun so als wäre das unser länder damit machen wir das jetzt der will landen und wieder starten so das brennt nachher theoretisch den orbit um oder bringt versucht uns wieder dahin zu bringen woher kommen zum andocken an die station dafür ist das ding da dann 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 ist die Frage die die Flug technische die 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 Das wird 2500, das wird nicht reichen. 1600x2005, das passt auch nicht. So, einmal kurz testen. Niemals. Das ist so fett. Aber machbar, eigentlich. Eigentlich müsste es machbar sein, aber ich glaube es ist zu fett. Ja, wir müssen noch was an. Ich bin noch nicht so schnell. Ich bin noch nicht so schnell. Ich habe es ja zusammen abgeworfen. Das ist ja gleich groß. Das ist ja kein Grünunterschied. Wenn die da zusammen wegwerfen können. Aber okay. Ist egal. Dann gucken wir gleich mal, wie weit kommen wir damit. Also, ein Orbit um Curvy müssten wir schaffen. Das ist dann mit dem kleinen Triebwerk dann halt auch. Aber wir brennen halt noch weiter. In niedrigeren Atmosphärenschichten. Klar, wir haben jetzt hier theoretisch kaum mehr was. Wir müssten auf Yves ein bisschen länger brennen. Aber ich würde behaupten, wir könnten damit einen Orbit um Yves brennen. In der Theorie. So. Welche Forschungsscheiße wollen wir mitnehmen? Können wir ohne zu viel, wir können ja mal gucken, 3400 irgendwas haben wir jetzt. Wenn wir jetzt so ein Transportding mitnehmen. Hier gibt es ja irgendwie groß. Schmeißen wir nachher einfach mit weg. Alles was sich am Forschung findet, packt ihr hier oben mit rein. Sind das auch... Wie viele waren das jetzt? Oh, ich kann mir nichts merken. 3400... 63. Und 30 Sticks verloren. Packen wir hier rein. In die Wissenschaft. Das heißt hier rein. Der Science Junior. Einfach weil ich einen Kugel finde. Ein Glibberschleim. Ein Thermometer. Unser Eismograph. Und das... Wo ist unser... Wo ist unser... Unser Bachometer hin? Ich bin blind. Da oben. Oh, die andere Seite. So, wir haben 60 Meter Sekunden verloren. Ich glaube das geht. Dann haben wir hier ein bisschen Forschung mit. Wir sollten noch Strom mitnehmen. Das ist immer wichtig. Vielleicht nur zwei Batterien mitnehmen. Nicht drei. Und dann brauchen wir noch... Vanille. Da sind die falschen Schöne. Einmal sechs. Die waren das. Die kommen wenigstens raus. Wenn ich die jetzt ausfahre... Dann haben wir erstmal Strom hier draus. Jetzt machen wir das zu. Wir müssen jetzt... Boden. Beine zu kurz. Verdammt! Ich muss die langen Beine erforschen. Ich hätte schon dem ganzen aerodynamischen Scheiß... Hätte ich jetzt die Beine erforschen sollen. Das wäre cool gewesen, ne? Nein, warte. Alter, wie schwer ist das? Das Ding muss ja langen. Das muss ja so wie es ist landen. Das habe ich gerade verdrängt. Da steht man da gerade und überlegt... Alter, wie soll das klappen? Also erstmal brauchen wir Leiter. So. Irgendein... Aber... Zu viele Leitern. Man könnte natürlich auch sagen, man nimmt nicht die Leiter, man nimmt einfach die zum Ausfahren jeweils. Da muss trotzdem eine erstmal normale hin. So zum Übergang. Dann von mir aus die einzelne. Die geht runter bis da. Da kann noch eine hin. Und dann bis da... Da kann auch noch eine hin. Und dann sollte hier unten... Oh nein, ne. So. Und dann kommen wir bis zum Boden. So. Alter, das kann doch kein Fallschirm halten. Wie soll das denn klappen? Wie soll das denn klappen? Wie soll das denn... Wie soll das denn... Du bist nachher noch für ein Brenn zuständig? Theoretisch ist der Fallschirm muss eigentlich alles vorher ausgelöst werden bevor der Rest kommt, aber das geht ja aktuell nicht. Wir müssen erstmal eine Höhe schaffen. Das heißt, ich packe erstmal diese ganzen Fallschirme mal kurz eine Ebene tiefer. Dann sollte das noch stabiler werden. Vielleicht hier mal zwischendurch gesagt. Hier, so, tack. Wir dürfen jetzt nicht zu viel Sprit verbrauchen weil wir müssen ja das Gewicht testen. Einmal auf Vollstoff. Feuer. Ich hätte die Hälfte der Fallschirme anbringen sollen. Hö, Hö. 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 Nur mal gucken. Schön aussehen tut's. Vielleicht doch ein paar zu viel, aber es hat eine gewisse schöne Optik. Ich habe keine Ahnung, wer auch immer nachher hier drin sitzt, wird wahrscheinlich sterben, aber wir werden das gleich trotzdem durchziehen. Gleich ist es schon zehn, verdammte Kacke. Flug zurücksetzen zum Fahrzeugbau, also dieses Ding wird landen. Das ist der Plan. So, jetzt geht's nach oben. Jetzt braucht dieses Ding hier zu stellen. Und zwar da. Und da. Die soll nicht funktionieren, weil die müssen ja abgesprengt werden. Es gibt mehr Sinn, wenn ich die absprengbar mache. Okay, wenn wir die Hitzeschilde absprengen, werden gleichzeitig die Fallschirme ausgemützt. Ja, ist dem scheißegal. War KSP schon immer scheißegal. Deswegen habe ich es nicht mal getestet, weil das immer egal war. Da hat sie das Spiel noch nie gejuckt. Jetzt wäre gerade... Moment mal. Kann ich... Ne, es wird keinen Sinn ergeben, ne? Äh, wo anders, wo anders? Ich finde es gerade nicht da. Ne, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier in dieser Struktur die Beine anbringen. Dann werden wir einfach... Alter, so viele Beine kann ich nicht anbringen, ne? Nein, es muss auf den Triebwerken landen. Das geht nicht anders. Also, wenn wir die absprengen, kurz vor Landung irgendwo, zünden wir auch gleichzeitig alle Fallschirme. Wenn wir starten wollen, starten wir halt alle drei Triebwerke. Die werden auch zusammen weggeworfen. Dann gibt es die letzte Stufe für den Orbit. Und dann docken wir ja oben irgendwo wieder an. Docken wir nochmal irgendwo oben an? Ich will... Kriegen wir das Ding so wie es ist? Mit einer ein... Also, so... One... Ein... Einfach? One-Turn nach Eve? Ich habe keine Ahnung. Oh, das hier ein bisschen... So... Okay. Dann brauchen wir oben nämlich den einen Fallschirm gar nicht. Dann können wir diesen Scheiß hier auch noch nicht weglassen. Und können als Hilfsmittel einfach den Fallschirm oben drauf setzen. Das wird unser Eve hin und zurück. Nein! Ah! Wir müssen es oben irgendwo ankoppeln. Weil es muss ja irgendwie zurückkommen. Wir bringen es aktuell nur in Orbit und nicht wieder nach Hause. Bekommen wir... Ja, dann brauchen wir noch mehr Gewicht und noch mehr Stufen und dann noch größere Dinger, um das Ding wieder rauszukriegen aus dem Orbit. Das funktioniert so nicht. Das ist unsere... Wir haben eine Transferstufe. Und 216? Niemals! Was bist du eigentlich? Du siehst voll hässlich und doof aus. Tut mir leid, ich kümmer dich nehmen. Kann ich mit der Stufe Eve Orbit bremsen? Das ist gerade die Überlegung. Möglich ist alles? So, und jetzt geht's los. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir nicht irgendwo hier ein Ding gehabt? Hier... Ja, das Ding kommt so lange nicht hoch, so lange wir keine Booster angebracht haben, ne? Das Problem ist halt, dass dieses gesamte Ding hier unten muss klappen, ohne dass das hier oben auch nur einen Mikrogramm Treibstoff nachher fürs Bremsen verbraucht. Weil hier dran sind die Hitzeschilde. Das Ding darf nicht für die Landung genutzt werden. Das Teil muss so runterkommen, wie das heißt. Diese Stufe muss eigentlich mit fürs Bremsen da sein. Gut, ihr könnt auch wieder den Aero-Break machen. Der braucht dann halt ewig und drei Tage. Ist aber nicht schlimm, oder? Und dass das hier ankommt, ist ja immer noch nicht gegeben, ne? Ist ja viel schlimmer. Ist ja viel schlimmer, dass wir noch nicht mal wissen, ob das nachher wirklich wieder hochkommt. Booster! 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 Andes! An desires! Allen Ges� Sekuscess. Wird . Urheb brideg television. Ja, sieht wirklich schön aus, aber das kennen wir schon! Dann machen wir es auch wieder, so wie wir das mal sagen, 5 auf die Kollisionsabfrage, die gibt es hier in diesem Spiel eh nicht. Die beiden Booster können sich ruhig lieb haben. So, Connected scheint sollte zu sein, Booster feuern zusammen. Mit den Triebwerken, dafür werden sie erstmal alle zusammen abgeworfen. Nein, die Triebwerke müssen separat gemacht, weil die ja andere Dings haben, genau. Das wird niemals funktionieren, oder? Zu klein, zu groß. Hier seid es. Spitze. Spitze. Na, vorbei. Spitze. Alles mal verbinden. Never. Und eine zweite Schicht Booster außen rum machen. Das ist eher High Way to Hell. Wackel, wackel. 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 Wackeln. Wackeln. da geht schon los das ist aber überhaupt nicht schlimm wir haben Fallschirm es es ist nichts schief gegangen was hast du dir gesagt? Die Gegend gerade mit Boostern beschießen und anderen Teilen zurücksetzen zum Bau wir sollten ein paar Strukturen mehr stabilisieren sonst funktioniert das nicht einzeln da können wir ruhig schon alles nehmen was wir so finden können und da hier anscheinend nicht, ja ich war jetzt hier mit wie hieß das nochmal wie war es denn im Lauf Züge, das ist der Zug glaube ich der sozusagen im Lauf aber äh ne hier nicht schon besser wo auch immer das nachher ankoppeln soll das schicken wir irgendwann später nach ich will erstmal wissen ob das hier überhaupt eine Schorks hat ich tippe nämlich auf nein oh nein ich habe die ganzen alle vergessen die ganzen Separatoren moin, nur verwirrt schön dass du da bist ah die habe ich jetzt eigentlich an wir müssen also straight nach oben fliegen das ist also nicht sehr spritsparend und das heißt ich habe nachher wieder ein Problem ja wir haben gleich eh das Problem dass beim Abwurf der Booster da ich die die Separatoren vergessen habe und die ganze Rakete wahrscheinlich die Ohren aber das hatten wir heute schon ein paar Mal ist nicht schlimm das gehört dazu hier haben wir die Hitzeentwicklung wenn ich das jetzt abwerfe wie gesagt dann ist haben wir hier raus wir sind rausgekommen wir sind rausgekommen ohne dass was kaputt gegangen ist ich bin stolz auf Jeb, Jeb hat das super gemacht wobei ich zwar schon schuld ist können wir das einmal ein bisschen weiter ziehen bitte hör mal bitte auf ja ist ja gut dann entspannen bitte alles ist gut nein nicht umfallen nicht nach da nein, ich will doch so so kann ich jetzt hier mit wenigstens ein bisschen gegensteuern, danke wir müssten auf wenigstens nach hier so, um ein bisschen was am Orbit zu tun ein bisschen weniger Wackel wäre jetzt schön unser, keine Ahnung, Weltraumwurm hey, 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 da ist ein Leben hör mal kurz auf warte, beruhig dich mal kurz ist alles gut ich würde dir eigentlich gerne Gas geben, aber kann ich gerade nicht ja, okay die Abtrennung dieser Stufe hat funktioniert jetzt versuchen wir es nochmal in Orbit zu brennen alter das hat nicht ganz so wie geplant aber wir arbeiten dran aber es wird nicht klappen wir konnten nicht früher kippen das heißt wir brauchen jetzt noch mehr Sprit für den Orbit und ich glaube, das wird dann sehr problematisch werden ich glaube, bei dem anderen EVE hatten wir die hier noch als Transferstufe die wir jetzt komplett wahrscheinlich für den Orbit noch brauchen wenn wir damit überhaupt in Orbit gebrannt kriegen aktuell, wir sehen es die APO-Absis kommt immer näher noch 33, 32, 31 viel zu schnell die Peri-Absis noch weit davon entfernt das heißt wir müssen steiler werden noch mehr Sprit verheizen ich weiß halt nicht wie ich meinen Space Shuttle nach oben kriegen soll ohne dass das vernünftig ich könnte mein Space Shuttle mittig zwischen ganz viele Booster setzen um es in eine Höhe zu bringen wo es nicht mehr so schlimm wäre das könnte man auch ausprobieren also sozusagen von zwei Boostern einfassen lassen ich weiß, was wir hier machen wir bringen das Ding jetzt in eine Orbit und docken es dann an irgendeinem Träger an der uns hinbringt, wo auch immer wir hinwollen wir haben ja vorhin ein extra Modul dran wenigstens nachtanken und so weiter ist egal wir haben ein Teil jetzt im All mit so viel Gewicht wir bringen einfach, keine Ahnung irgendein Trägermodul noch hoch oder ein Transportmodul irgendein Transfermodul bringen wir noch hoch dann docken wir das Ding dann einfach an und dann ist gut einfach andocken ich habe hier kein Dings dran das heißt, das andere Modul muss hier andocken dann wird es gleich, gleich haben wir jetzt ein Orbit kein schön, aber es wäre ein Orbit wir können diese Stufe dann auch nachtanken lassen die beiden Stufen sonst auch für das Manöver um Eve und sowas also dass die uns dann die eine Stufe uns dann bremst also wir haben jetzt ein hässliches Ding hier ihr seid eher weniger glücklich das verstehe ich aber es ist nicht schlimm ich weiß noch nicht wo ich dich andocken lasse aber wir haben ein fieses hässliches Ding jetzt oben was bringen wir jetzt hoch also woran docken wir es an erst einmal kannst du komplett weg so angedockt wirst du jetzt es ist weg da unten es soll jetzt nicht, wir brauchen jetzt nicht zichtböne mannte Sachen hochbringen wir nehmen einen riesigen, riesigen einmal den großen, großen, großen Tank und du, die mache ich jetzt extra in orange so und du hast die kleinen Klemmen Juniors und zwei Stück ist jetzt der Plan okay, Valle und Marie schön, dass du da warst ich guck mal nach ich versuche mal noch den das hier hochzubringen und vielleicht noch das Shuttle und dann gucken wir morgen weiter ich glaube ich versuche hier an einer Seite das Shuttle anzudocken da verbaut das Shuttle halt nur ein Docking Board dann bringen wir einfach beides hoch ist mir egal so, das wird nachher die Transferstufe sozusagen die uns nach Dings bringt und so ein bisschen ungünstig weil da hängt dann dieses riesige Ding dran und da das Shuttle und in der Mitte wird beschleunigt ich weiß nicht, ob das funktioniert kann man eine wichtige Frage Ladung Ladung kann ich da jetzt theoretisch sagen, ich packe das ab trance rein und kann die nachher verbauen idee finde ich gerade voll cool das ist unser hier wir wir brauchen wir nachher wieder abbauen ich weiß nicht ob das geht wir versuchen das nach einfach mal weil ich erinnere mich noch an mein transport teil nach duna das war so ein fieses wabbelding was können wir denn sonst noch vergessen was wir vielleicht mal zwischendurch brauchen ersatz fallschirme einfach mal drei mit falls wir bei unserem lande modul oben dass den fallschirm abhinein theoretisch was verdient abbreitet zu groß können wir die damit ersetzen was nehmen wir noch mit mehr kann wir oben gar nicht gebrauchen so was haben wir die ganzen monopropanol und sowas vergessen dann haben wir die ganzen steuerdüsen da keine ahnung noch da und dieses ding bringen wir jetzt einfach nur hoch kann ich mit so einem unbemannten ding denn da vernünftig dann steuern ich weiß es nicht 6 14 kommen wir locker hin das heißt unter dem abtrenner müssten wir eigentlich noch mal ein steuermodul haben wo ich dann sagen könnte bitte dann von da steuern und den rest dann sozusagen dann damit sozusagen dann wieder landen den rest dann sozusagen wegschmeißen und irgendwas mit strom strom ist eigentlich immer gut ne aber zwei große mitnehmen nicht so viele zwei davon mit ein paar batterien und dann müsse das noch funktionieren sagte er in seinem jugendlichen leichtsinn also hoch bekommen wir es auf alle fälle ob ich es angedockt kriege ist ein anderes thema und danach müssten wir noch das flugzeug hoch bringen das wackelt schon wieder weil du nur auf dem mittleren stehst das ist jetzt kein großes wunder schweres teil sollte ein bisschen mehr hier 12 zwei jahre locker so den ersten brenne ich erstmal leer damit die so uns gleich hoffentlich nicht in die quere kommen und danach gucken wir mal wie gesagt das muss nachher hier zusammendocken vielleicht das wäre cool wenn wir das hinkriegen wenn nicht dann halt nicht und dann bringe ich glaube ich morgen dann das spähe shuttle ergibt das glaube ich keinen sinn also heute schaffe ich das nicht mehr wenn ich das docking heute noch schaffe bin ich schon zufrieden wenn ich an unser docking manöver oder mein docking manöver da beim minmus denke das ist ja ewig gedauert hat mag ich mir jetzt gerade keine wirkliche hoffnung machen wird es so weit gekippt bestimmt ne noch passt das alles gut darf nur ich sage ich jetzt nichts abreißen mich das abtrennen das wäre kacke weil ich in der stufe auch keine separatoren habe hat geklappt ok immer so ein bisschen den spannungsbogen aufrechterhalten wenn ich irgendwo was absprenge kann das nur schief gehen das ist leicht verzogen hier die ganzen rollen der eigentlich ist glaube ich weiter rot der geht ein bisschen weiter runter das wäre ja auch zu einfach wenn das direkt funktionieren würde haben wir gleich ein bisschen mehr mit dem orbit zu kämpfen ein bisschen was für unsere nerven tun ein bisschen weiter kippen eigentlich schönen Schub dran jetzt haben wir schon wieder haben wir schon wieder ein Hitzeproblem wir sind da so schnell ist gleich drauf geachtet wir sind auch so flach wir sind auch so niedrig das ist das Problem wäre jetzt doof wenn wir uns hier vorne was wegbaut damit ne aber ich kann auch jetzt schlecht aufhören Gas zu geben aber noch haben wir keine Hitz alles ist gut das sieht doch schon fast gut aus können wir bitte so danke da jetzt bitte ein bisschen weniger wackeln wäre cool dann machen wir kurz mal den Orbit hier fertig machen wir noch ewig viel also das ist die Stufe wir sind schon auf der letzten aber es ist nicht schlimm weil wir noch mehr als genug Puffer hier ist ja noch mehr als genug Sprit drin wir haben jetzt direkt den Orbit leider auch auf einer Höhe die ich ein bisschen anders geplant hätte lieber aber es ist nicht schlimm sogar noch mehr als responsiv die grad so falsch am brennen es wirkt grad so ne alter wo brenne ich denn hin zu viel gas gegeben viel zu viel okay das ist jetzt nicht schlimm ich tue mal so als wäre das jetzt mein ziel nicht so ich dreh das jetzt mal jetzt hätten wir zwar fast den gleichen orbit aber wir sind ganz viele kilometer auseinander weil ich direkt nach gestartet habe ist unschlau 133 161 machen einfach das ich speichere mal bevor ich gleich den strom versor so viel ziehen wir zum glück nicht so sehr träge weil sehr schwer dass die eine loswerden dann lassen wir nur das hier ist aber die arbeit machen es wäre einfacher das ganze ding hier mitzumachen ist ich gleich theoretisch ich trenne das gleich ab so ausrichten dann bloß in anführungszeichen dann vielleicht wenigstens erstmal einen vernünftigen orbit dann kapsel ich das ab versuche die steuerung von der art zu übernehmen und schmeißen und schmeißt dieses ding erstmal weg damit wir hier oben das ding besser steuern können wenn es nachher um das docking geht jetzt haben wir jetzt mal eine halbwegs brauchbar ist jetzt haben wir jetzt mal einen halbwegs brauchbaren orbit erreicht ich will meinen strom ja schon mal ausfahren einfach damit wir wissen dass das hier ich hoffe das geht nachher weg so steuern von hier abschmeißen und dann habe ich jetzt das hier ganz langsam und entspannt dass keiner mehr braucht dass ich aufgrund dessen jetzt einfach abstürzen lasse so dieses ding stößt jetzt ab und wir nehmen jetzt einfach das ding hier weiter so das teil hat strom theoretisch produziert es auch immer wieder strom wenn mal die sonne auftaucht und jetzt hat die docking weil strom ist draußen und du bist jetzt theoretisch das dass hier das ziel erreichen möchte das heißt wir schnappen uns wieder so ein zweiter schnittpunkt und versuchen den aus jetzt so zu schieben und dann muss ich hier muss auf den punkt 600 kilometer 600 kilometer 700 kilometer 700 kilometer 100 kilometer 100 kilometer das ist ja lustig aber es ist auch noch eine Peri-Apsis, die passt hier hätten wir jetzt sieben Kilometer Abstand die relative Geschwindigkeit ist halt hart kriegen wir die im Nachgang noch runter wir haben eine relative Geschwindigkeit halt bei unsere geplante Peri-Apsis ist dann ja im Planeten, das funktioniert gar nicht da ist sie wieder so noch mal gucken Abstand 400 hier unten 500 näher ran kommen wir nicht wirklich ne 300 also trotzdem 400 wir haben wieder anders starten müssen da vorne ist unser Ziel und hier sind wir um das einzufangen ich werde überlegen, ziehe ich einfach einen größeren Orbit und erstmal so sagen wir, wir machen erst einen großen Orbit und alles weg hier alles weg tun wir mal so, wir würden aus einem größeren Orbit ziehen und sagen dann hier, wir versuchen unser Ziel zu treffen dann sehe ich das dann ich kann ja auch danach also hier wir bremsen einfach wieder gefühlt haben wir uns jetzt um 90 jetzt haben wir uns noch weiter verschlechtert ich habe es halt versaut ich hätte viel später starten müssen nicht so schnell hintereinander so, unser anderes komisches Ding ist jetzt gerade abgestürzt ändert nichts daran dass wir unsere Kapsel hier nur sehr schlecht eingefangen kriegen hier ist der Unterschied nicht groß also wirklich kaum bis gar nicht 600 Kilometer 650 Kilometer 320 wo sind hier die Periapsis ein bisschen flach die können wir dann auch anpassen wir sollten die schon so hoch haben dass wir nicht ja sowas hier haben wir die Entfernung zumindest erstmal halbiert von fast 7 von 640 auf 377 beziehungsweise 390 ok können wir erstmal mit oben ja nur das kleine Steuermodul oben kann leider das Ding nicht bewegen da müssen wir unser Monoprop ein bisschen mit verbrauchen also wir sollten Feuern ich habe versucht da drauf zu bleiben ich habe kein vernünftiges Steuermodul mehr ich habe toll geplant wie so oft Entschuldigung schön aussehen tut es doch ne ich weiß noch nicht ob wir das hier sauber drangedockt kriegen ich habe keine Ahnung aber ist egal aber ist egal wir haben jetzt erstmal hier die Möglichkeit das sozusagen wieder ein bisschen zu ändern Entfernung Entfernung irgendwas ja super nein nein deswegen macht man die Sachen weiter abseits ich überlege gerade für wirklich einen größeren Orbit zu brennen und das andere Ding nachzuziehen ich glaube ich mache das ich werde das nicht so nah an Goblin machen dann hat man auch weniger ob das schlau ist weiß ich jetzt nicht ich mache das einfach zieh dich mal raus in demnach haben wir noch genug Treibstoff um das zu ändern also jetzt müsste ich eigentlich mal zur Apoapsis vorspulen dann sehe ich das da auch raus kann ich ein bisschen Gas geben jetzt das steuern gleich einfach aber hier ist ein kleinen halbwegs brauchbarer Ort ja ist auch fast gleichmäßig gehen wir zur Ortungsstation wechseln einmal und gucken mit dem anderen das macht es glaube ich leichter ich darf es nicht so nah dran machen so haben wir vorhin gesehen wenn ich dann da zu komische Manöver mache dann lande ich direkt in der Atmosphäre das ist schlecht jetzt haben wir wenigstens knappe 100 Kilometer Puffer ich glaube das ist von Vorteil so das ist unser Ziel dann wären wir nicht da nein irgendwo hier mal ein Manöver setzen da wollen wir ein bisschen Gas geben in der Hoffnung einzufangen in der Hoffnung einzufangen da tippe ich noch da raus das macht es noch schlimmer das wäre cool aber das macht die Peri-Apps jetzt nicht mit von enttäuschend eigentlich also dass ich mitmachen möchte nach da hin ziehen bringt erstmal nichts ne außer die Peri-Apps jetzt wieder in den Bereich bringen die wir nicht wollen nach da hin ziehen macht das selbe Problem und auf der anderen Seite ohne dass wir wirklich näher kommen wie warte mal halt so weit weg ne und so viel Sprit haben wir nicht mehr das ist die doch haben wir noch ich habe auch theoretisch habe ich ja Zeit und Treibstoff um so viel Quatsch zu machen wie ich möchte aber aber ich glaube das hilft hier gerade nicht weiter jetzt soweit aufziehe da muss ich ja nachher hier unten an der Apo-Apsis das wieder oder der Dampere-Apsis soweit nachher wieder runterziehen weil die wir sind auf 46 glaube ich 506 Meter Unterschied das können wir aber theoretisch korrigieren an dem Punkt aber wahrscheinlich erst ne ach komm wir versuchen es einfach komm ich mal da hin wenn ich irgendwas habe ist es aktuell Zeit und bei dem nächsten Modul wenn ich unser Flugzeug hier hoch bringe muss ich das vernünftiger machen so gut dass wir ein bisschen Vorlauf haben weil wir haben auf dem Teil immer noch keine Aps das heißt JEP muss das hier einfach alles manuell steuern und zwischendurch müssen wir noch ne Stufe abwerfen ne deswegen ich überlege einfach jetzt schon zu brennen weil wir eh ein bisschen Zeit und Nerven verlieren wenn wir gleich noch die Stufe absprengen müssen dann werden wir den Scheiß noch los dann haben wir noch die hier und die reicht das ist ja nachher die müssen wir dran lassen weil das ist nachher unsere Bremsstufe für EVE die ist wichtig die jetzige ist nur unsere wir wollten in den Orbit Stufe das ist okay und wie gesagt die wir bremsen für EVE die können wir auch noch nachher nachtanken wir müssten dafür eigentlich genug Treibstoff mitgenommen haben dann müssen wir gleich loswerden ich bin extra runtergegangen ich hatte hier gleich irgendwie seltsam Feuer ich weiß gar nicht welches Triebwerk ich da drunter habe muss dieses kleine Doppeltriebwerk sein in Anführungszeichen kleine soo das heißt weg damit das ist mal kurz die letzten 20 Meter Sekunde hier noch wegeheizen und dann ok werde ich gucken 19 Kilometer Abstand bei 347 Meter Sekunde Unterschied das ist hart aber machbar ich werde es nochmal speichern jetzt ist die Frage wenn ich jetzt an diesem Punkt ein Manöver mache was mich nicht nur bremsen lässt sondern das ganze Ding auch verschieben dann sind wir hier auf einem relativ guten Kurs das brenne ich jetzt noch sage ich zur Vorwarnung und den Rest müssen wir dann morgen machen weil jetzt äh diesen Cliffhanger dann werden wir morgen das Docking machen weil wie gesagt wenn ich an Minbus denke das Docking ja letztes Mal so lange gedauert das schaffe ich einfach nicht ich werde das hier jetzt einmal brennen dass wir ein Orbit haben mit dem die Korbonauten gleich arbeiten können oder morgen arbeiten mit dem ich morgen arbeiten kann so und dann hoffen wir dass wir morgen das Docking relativ zügig hinkriegen und dass ich unser Space Shuttle hier noch irgendwie hoch bekomme für Eve ich würde nämlich gern beides probieren in der Space Shuttle packt man natürlich irgendeinen Korbonauten rein auf den wir verzichten können das wird nämlich bestimmt auf Eve irgendwo zerschellen aber äh Bill, Bob und Jeb die sollen natürlich nachher wieder heile nach Hause kommen von Eve Oberfläche ne ich betone es nochmal ich glaube das wird morgen äh interessant und zum verzweifeln eher zum verzweifeln als interessant wahrscheinlich ja dieses Triebwerk was ist denn das ist ja es ist diese kleine hier das bringt es voll zum Ausgleich von solchen Sachen ne würde es ist eigentlich dafür gedacht äh den Orbit zu brennen nachher ne also das Bremsmanöver zu brennen hier für Eve und nicht für sowas dafür reicht es jetzt auch aber ich finde es super wie wir jetzt sozusagen wir kommen jetzt ran wie soll einmal aufziehen die Orbits dass die einmal nicht direkt synchron laufen weil sonst ist das wirklich eine Frimmelarbeit äh ist einmal aufgezogen dann geht das auch können wir dann noch gucken entweder nehmen wir den Punkt hier 8,5 mit 3,2 oder wir können auch mal verdienen hier 21 Kilometer bei 33,9 ich glaube dann arbeiten wir nachher eher mit dem Punkt da hinten weiter morgen für das Docking für das Docking werde ich natürlich auf das andere Modul umschwenken weil wir hier kein AFS haben dafür könnten wir hier besser steuern weil hier ist Jeb drauf Planungsfehler ähm was auch immer ich nehme ich glaube ich müsste an unser Space Shuttle dann auch ein paar AFS Sachen anbringen weil sonst kriegen wir das Ding ja auch nicht gedockt mal abgesehen davon dass ich noch nicht weiß wo ich an dem Space Shuttle nachher das Docking Board anbringen soll ob auf dem Dach oder sowas weil es muss ja hinkommen also nicht nur hoch hoch kriegen wir es mit irgendeiner Rakete wird das Ding hoch kriegen aber es muss halt auch hier an die Station rankommen das wird das Hauptproblem werden ja nicht an die Station sondern an die Transferstufe die hier oben wartet zusammen mit dem Lander wie gesagt ich muss bei dem Lander aufpassen ich darf dieses ganze Gedöns hier alles nicht feuern weil das hier ist alles nachher wichtig ich hoffe das funktioniert nachher nur wenn der Start mit diesen Dingern hier nicht funktioniert nachher dann haben wir natürlich ein Problem ich weiß nämlich nicht wie wir nachher die drei von Eve wegkriegen sollen wenn unser Lander nicht wieder starten kann so jetzt zieht den mal hier richtig ran ok ok wir arbeiten noch dran ich hätte das SRS da ausmachen sollen zieht das weiter Strom wenn ich es nicht steuere bestimmt ich muss das einmal kurz dann kann man es auch neu beschrichten das ist zum Beispiel hier Info das ist Eve Lander 2 das ist Eve Transfer von mir als Sonde ja als andere so hier muss ich jetzt erstmal theoretisch rangehen und sagen hier falls das Ding jetzt doch angeblieben ist sollte ich es ausschalten damit wir nicht unseren Strom verbrauchen Energie sparen Energie sparen wichtig und dann schauen wir jetzt nochmal kurz bei unserer Transferstufe vorbei und ich gucke mal kurz auf die Uhr doch doch ich will das ja gerne ne dann sind wir hier im Dunkeln ohne Licht das ist immer super wobei wir können erwarten bis wir auf der anderen Seite sind wo Kerbel auf uns drauf scheint dann sehen wir wenigstens was da ist unser Ziel da ist unser Ziel so wie schlau habe ich das beim letzten Mal nochmal gemacht wir haben aktuell hier einen Abstand von 26 Kilometern das ist immer das ist immer das ist immer so ich tue jetzt mal so ich muss ja vor mir ein Manöver abladen so nach mir gibt ja keinen Sinn so ich gebe Gas für hier oben 12 12 das funktioniert nicht 7,8 zu 33 alles ist an mir vorbei Scheiße das friemel ich mir morgen zurecht tut mir leid das Docking mache ich morgen wenn ich das jetzt hier versuche das wird so ein Krampf wie bei Minmus werden da haben wir alle jetzt glaube ich um kurz nach elf keine Lust mehr drauf dass ich hier total verzweifle dann verzweifle ich lieber morgen wie gesagt das Teil muss an unseren Länder dran oder umgekehrt ist mir egal was wo dran Hauptsache es ist nachher hier irgendwie gedockt und dann bringen wir noch hoffentlich unser Space Shuttle hoch das hier unten noch auf uns wartet ich packe das zwischen ein paar Booster und schieße das hoch packe dem noch irgendwie ein Docking Board auf dem Rücken und dann ist gut und dann kriegen wir das da auch dran wie gesagt ob es was bringt nachher funktioniert ich weiß es nicht wir müssen Temperaturen ja auf EVE auch nehmen das können erstmal abholen dann holen wir noch wieder eins nein nur eins wie es Meile runtergekommen schade und so wäre jetzt der Plan also morgen Docking Manöver von den beiden Teilen Space Shuttle hochbringen mit anschmeißen und dann das gesamte Graffel nach EVE bringen einen Koronauten wahrscheinlich opfern indem er mit dem Space Shuttle versucht über in der Atmosphäre von EVE vier Temperaturproben einzusammeln an vier an vier Enden überall wo du was finden kannst ähm wie gesagt wir müssen das Space Shuttle halt in die Atmosphäre von EVE bringen und die Mission ist total bescheiden weil sie halt sagt an der in der südlichen Hemisphäre von EVE müssen wir vier wo haben wir es jetzt da ist EVE hier die vier Temperaturdinger müssen wir nehmen in der Höhe von 23 23.9 23.7 22.6 und 22.3 ich bezweifle dass unser Space Shuttle da eine Chance hat also alle vier Ziele abzufliegen also aus einem Orbit einzutauchen in die Atmosphäre vier Punkte abzufliegen und heile wieder hoch zu kommen unmöglich vier Punkte abfliegen vielleicht möglich mit Absturz aber ich glaube selbst dafür reicht einfach der Treibstoff nachher von unserem Space Shuttle nicht ich weiß es nicht wir werden es einfach versuchen und wenn es nicht klappt dann nicht dann werde ich irgendein anderes Mal werde ich dann vier Lander hier hinschicken unbemannt die einfach über den Punkten abwerfen und hoffen dass das klappt das wäre die andere Alternative einfach vier einzelne Lander hier runter werfen und die müssen in der Luft hier drüber dann sozusagen die Proben nehmen aber wir versuchen erstmal morgen mit Space Shuttle Lander Lander wieder zurückkehren um die wichtigste Mission abzuschließen ich bedanke mich dass ihr heute dabei wart wie gesagt morgen geht es weiter Mittwoch die Zwerge und dann hoffe ich sehen wir uns morgen euch noch einen schönen Abend Bis denn Tschüüüüüüi